Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Woran die Kinder der Nachkriegsgeneration noch fest geglaubt haben, das zählt heute schon lange nicht mehr. Wir stehen gleichsam auf Ruinen einer Kultur die wir längst schon nicht mehr verstehen, die viele gar verachten. Wissenschaftliches Denken, die eigenen Grundlagen zu reflektieren, sorgfältig zu argumentieren, gar Rechenschaft über die Herleitung von Ansprüchen zu geben, ist dem Gefühl gewichen, auf der richtigen Seite zu stehen. Mit Medias in Rees möchten wir anregen, Dinge zu hinterfragen. Wir wollen zu genauerem Hinsehen animieren, dort wo es weniger angenehm ist, aber auch dort, wo sich eine Welt voller Hoffnung und Schönheit zeigt. Wir wünschen uns eine Kultur des Lebens, wo Probleme ansporrend zu neuen Lösungen und kreativen Ideen sind. Wo statt Einschränkungen und Verboten die Vorstellung der freien Entfaltung des Menschen, seiner Fähigkeiten, zur Veredelung der Natur und dem Ausbau der Kultur zum Tragen kommen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020